Sven kauft in der Süßwarenabteilung ein. Er hat seinen Einkaufswagen für 60 Euro mit Popcorn und Schokoriegeln gefüllt, und zwar mit ziemlich viel Popcorn, aber nur wenig Schokolade. Hat er sein Geld optimal aufgeteilt? Auf die Frage, wie viel Popcorn er bereit wäre, höchstens herzugeben, damit er ein wenig mehr Schokolade bekommen könnte, würde er antworten, In dem Modell entspricht diese Grenzrate der Substitution dem Anstieg der Indifferenzkurve in Punkt B, also dem Anstieg der Tangente an dieser Stelle. Nun schaut sich Sven die Preise der beiden Güter an. 2 Euro pro Schokoriegel und 1,50 Euro für eine Tüte Popcorn. Wenn er also vier Drittel Popcorn-Tüten in das Regal zurückstellt, kann er einen Schokoriegel mehr in seinen Einkaufswagen legen. Dieser Umtausch lohnt sich. Denn ein Schokoriegel ist Sven ja sehr viel mehr wert, als er dafür zahlen müsste. Das Umgekehrte gilt dagegen für das Popcorn. In der Sprache des Modells heißt das, Also läuft Sven zu den Regalen zurück und tauscht dort Popcorn gegen Schokolade um. Die Kassiererin und die übrigen Kunden in der Schlange schauen dabei geduldig zu und aufgrund von Axiom 4, das eine beliebige Teilbarkeit der Güter erlaubt, darf Sven auch die Popcorn-Tüten öffnen und die Schokoriegel knicken. Während dieser Umtauschaktion bewirkt sich Sven auf seiner Budgetlinie von B weg nach rechts unten. Dabei wird sich seine Grenzrate der Substitution mit jedem weiteren eingetauschten Schokoriegel verringern. Ein zusätzlicher Riegel wird ihm nämlich immer weniger wert. Schließlich entspricht seine Tauschbereitschaft genau dem Preis, den er zahlen muss. Nun befindet sich die Aufteilung seines Budgets auf die beiden Güter im Gleichgewicht, denn durch einen weiteren Austausch der Güter kann Sven seinen Nutzen nicht mehr vergrößern. Er hat die Tangentiallösung des Haushaltsoptimums erreicht. Sven zückt deshalb seine Geldbörse und zahlt, während die Kassiererin ein erleichtertes Seufzen nur mühsam unterdrücken kann. Und was wäre gewesen, wenn Sven zunächst eine Zusammenstellung wie in Punkt C gewählt hätte? Dort hätte seine Grenzrate der Substitution 1,30 Popcorn-Tüte pro Schokoladenriegel betragen. Oder andersherum? Er wäre bereit, für eine zusätzliche Tüte Popcorn 30 Schokoladenriegel herzugeben. Tatsächlich muss er aber dafür nur 3 Viertel Schokoladenriegel eintauschen. Das ist ein guter Tausch. Also wird er sich auf seiner Budgetlinie nach links oben bewegen, bis er den Optimalpunkt erreicht hat. Nach dem Weg ist ein guter Tausch. Das ist eine gute Tausch. Das ist ein guter Tausch. Er ist ein guter Tausch.